Und wir schauen mal ein paar Runden hier rein. Los geht's! Oh, es kommt! Das ist aber wichtig da oben. Zehner! Versenkt. Jetzt könnte er sich langsamer blicken lassen. Ja. Oh, nicht! Komm, du ars! Komm, du ars! Penta nach hier! Oh, meh! Oh! Ja! Oh! 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 Sie dröhnt! Bitte! Immer noch kein Treffer! Oh! Der lässt uns wirklich runterrasseln, ohne dass der immer kommt, ey! Kann doch wohl nicht wahr sein! Oh! Oh! Also nett ist das nicht gerade. Na! Zieh durch! Fünfmal! Oh! 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 Weiß du da ja? Oh! Ski jamais! Oh! 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 versinkt auch nicht ist aber noch bisschen höher kann er uns ruhig lassen Böb böb böb, äh mann nix. Tch, lump ey. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Das, was wir machen, ist nicht das Richtige. Einmal an ihm. So kriegen wir ja nichts zusammen gebastelt. Übel. Richtig übel. Vier. Kannste knicken. Einmal nichts. Das war das. So schauen wir mal hier rein. Nach langem mal wieder. Ob man hier was gewinnen kann. Ich glaube ja da nicht so richtig dran. Aber los gehts. Zwei hätten wir schon mal. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. ein bisschen mehr dampf wenn ich bitten darf schon wieder schrot so wird das nüchter davon bräuchte man mehr 9 80 gucken wie lange sie bleiben 10 10 11 11 12 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 11 12 спис Jerusalem Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, was soll's... Na, der Hotdog leidet volle Ding drin hier... Ja, war so klar... Verbrecher... Gut, dann soll's das erstmal hier gewesen sein... Nein, wieder kein großer Erfolg... Schade... Und heute gibt's mal ne Runde... Oh, Dragon... Den brauchen wir nicht... Ein Hüpferling... Und schon wieder vorbei... Na, Wahnsinn... 3,20... Äh... Nicht du... Ah, los... Wat vernünftigt hier... Ja... Das nur nicht gerade... Boah... Kommt ja mal wieder überhaupt nicht zustande hier... Ja... Schon mal ein Ticken mehr wie letzte Runde... Ja... Na... Kommt man nicht schlapp... Ah... Ah... Okay... So... Zurück zum Eigentlichen... Ja... Fühlt sich ja irgendwie auch nicht auf hier... Ne... Acht Euro... Fasset nicht... Her damit... Boah... Kann aber nicht wahr sein... Ja... Naja... Nehmen wir wenigstens Puzzle-Fordio... In dem mit... Oh... Wieder der Olle... Naja... Zumindest sind die Steinchen noch voll... Kaputt... 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 Der macht alles kaputt... Ja... Er ist nichts mehr... Da hover... Ja... Ach... Ah, na. Kannst du doch vergessen hier, so eine Asche, zeige aber langsam die Nase voll hier. Tja, gut, Schluss, die 13 Euro kriegst du nicht mehr, so. Und eine Runde, Book of Fire, 2 Euro Spieleinsatz, los, ein K, naja, wenn wir was voll kriegen, werdet ja schon mal ganz nett. Na ja, so nicht du. Übel. Oh dein Ernst ey, alter, kriegst du die Tür nicht zu. Na, herzlichen Glückwunsch. Und wir drehen mal hier ein paar Runden. Los geht's. Mal gucken, ob ein paar Klamotten hier gibt. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Oh, das ist rechts. Leicht Messer. 52 und wir gehen auf 2. Da kühlt er. Da kühlt er. Sehr schön. Ha ha ha. Alles richtig gemacht. Sehr hübsch. Geil. Nehmen wir mit. So, dann haben wir noch mal die Qual der Wahl. 10 Beispielen. 10 Beispielen. 10 Beispielen. 10 Beispielen. 400. 90. 15. Und die Hand nochmal. 14 Stephens, 30ck. Und die Hand nochmal. 16. Und die Nummer 10. 14. sehr schön so kann weiterhin die 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 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 3. Dann waren sie das schon wieder.